Hallo liebe Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play zu Donkey Kong Country Returns. Nachdem Aaron und ich das letzte Mal die Klippen erfolgreich geschafft haben, sind wir nun bei der Fabrik angekommen. Und natürlich begleitet mich Aaron heute auch wieder bei unserem Let's Play. Hallo Leute. So, unser erstes Level heißt Raucherberg und wir sind natürlich mal wieder gespannt, was uns jetzt erwarten wird. Ich meine, es wird keine Herausforderung sein, aber... Eine lockere Geschichte, so wie immer, wenn wir beide Donkey Kong spielen. Genau. Räucherwerk. Ja genau, ich... Raucherwerk, oder? Räuchert. So, oh Gott. Die Agenten. Nein! Oh Gott, ich hab gedacht, ich sterbe jetzt ein bisschen. Aber irgendwie gefällt mir der Stil so in den Schatten. Ah! Ja, der Stil ist cool. Sie sieht sehr cool aus, also gefällt mir sehr gut. Ja, das Level hat auf jeden Fall was. Das erinnert mich an Super Mario. Aber... Aber, es sieht auch nicht sehr leicht aus, aber das wundert jetzt wahrscheinlich auch keinen. Ja, ich kann nicht fliegen. Ich war's. Irgendwann ist es jetzt noch nicht einmal gestorben. Ja, aber ich hab ein Herz verloren. Jetzt haben wir beide verloren. Sehr gut. Oh. Ich seh nichts. Ich seh auch nichts. Sehr gut. Deswegen heißt das dann wohl Räucherwerk. Warte mal eine Sekunde. Wir werden jetzt gleich gesprungen in den Staub. So wie ich gerade. Komm lieber erst danach, oder? Vielleicht in den Fass, wenn du es bis dahin schaffst. So, ich komme. Ähm... Gibt's überhaupt nichts. Nein, geht natürlich nicht in den Fass. Ich bin dann halt fertig. So, ich komme. Wahrscheinlich ist jetzt hier wieder in den Fass, oder hier irgendwas... Ach, ich komme. Oh, das ist jetzt heiß. Lass mal immer alles alleine machen, das hier. Am besten du kommst jetzt. Nicht, dass mich dieses Ding reinwischt hier. Wow. Wow. Gut, dass wir wieder bei den Einfangen, sag ich da. Ja, wir kommen wieder vorbei. Ja, folg mal. Wir müssen nach links drehen. Darf ich zu mir? Ah, doch, ja. Oh, je, oh, je. Bin jetzt rüber. Sehr gut. Das ist immer wieder fast gar nichts. Das ist auch eine Sache. Kein Problem für die... Donkey Kong! Gut, dass du gerade gesagt hast, dass Donkey Kong Meister und dann gleich runtergeflogen. Richtig. Warte, ich komme. Okay, dann nicht. Ja, das machen wir doch immer. Ja, das war jetzt selten. Das war auch für den Platz eigentlich. Ich dachte, ich will. Okay. Aber dann ist es halt. Sehr gut. Komm bitte mal zurück. Ich habe einen 3D. Wow. Wow. Läuft doch gut. Oh, ich kann nicht mehr zurückkommen. Sehr gut. Dann legst du jetzt an mir. Ja, ich verlasse mich auf dich. Ich mag das Level nicht nochmal machen, also bitte gewinnen. Okay, du bist ja in einem Champion. Was ist das Worte? Kann ich denn drauf spielen? Wahrscheinlich. Das sieht verdächtig aus. Sehr gut. Das ist das Ziel, oder? Sehr gut. Gut, wir haben es wirklich drauf. Gleich beim ersten Mal. Und sogar das N gesammelt. War aber zu einfach. Ich hoffe, dass wir auf eine Herausforderung rufen. Die Fabrik ist wirklich luschig. Die müssen sich mehr für die Experten ausdenken. Ja. Und wenn aber alle Level so sind... Ah, nee. Falls ihr bei diesem Teil jetzt das erste Mal zuschaut, schaut euch die vorigen Teile an. Dann wisst ihr, warum wir von Experten reden. So, Stahlpressenstampfer. Hört sich gut an. Wenn wir loslegen, würd ich sagen, oder? Ja, du musst bestätigen. Ich bin leider noch im reich der Himmel. Ja, leider ist kein Luftballon. Aber ich glaube, jetzt müsste eigentlich wieder einer kommen, oder? Gleich am Anfang. Ich hoffe doch. Aber ei. Oh, was ist das? Ich muss leider noch auf mich verzichten, Kumpel. Aber ich kann raus springen. Das ist echt gut hier. Ah, sehr gut. Die wollen mich platt machen. So, wie wir die Zuschauer platt machen mit unseren Let's Play-Kunsten. Da bin ich. Ich hole mich raus. Danke, dass du mich wegwerfen hast. Ja, ich wollte es dir ein bisschen schwieriger machen, weil ich es eigentlich sonst so einfach bin. Was? Ich drehe bloß dich? Okay. Tut mir leid. Ich konnte nicht warten. Hier ist leider Hektik angesagt. Oh, ich finde eigentlich, bis jetzt gehen die da nicht sogar. Aber nur, wenn wir Experten sind, das darfst du nicht vergessen. Ja, okay. Oh, oh. Dann damit. Boah. Schnell. Boah. Bleib da. Das sagt er gerade noch, wie der will gehen. Oh Gott. Schaut euch das mal an. Nein. Boah. Nein. Boah. Falsch. Bin ja schon runtergesprungen. Sehr gut. Ich hab gedacht, ich kann da oben kurz stehen bleiben. Läuft gut, das Level. Deswegen mach das gleich nochmal. Ich hab nicht gesehen, dass sie sich bewegt. Gut. Let's go again. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Jetzt kann uns gar nichts mehr passieren. Ja. Chicken attack. Oh, das Ding kommt hinter da weg. Chicken attack. Richtig. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass du aus mir fliegen willst. Wow. Du bist so hart, wenn du mit dem Fehler machst. Du bist so hart, wenn du mit dem Fehler machst. Quatsch. Schnell dahin. Schnell dahin. Schnell dahin. Schnell dahin. Ja, deswegen hab ich gefasst. Ich komm gleich zurück. So, hier warte. Ja komm lieber jetzt. Nein, findest du? In dem Ding ist es nicht. Cool, wenn du willst ja gleich sterben. Danke fürs warten. Entschuldigung, das ist so schnell. Gut, das ist zu euch. Hä? Ja, das hab ich mir auch gerade gefragt, wie das funktionieren soll. Aber man merkt wieder, wir sind ein super Team. Was noch? Haha. Du bist zu schnell. Ja, du bist einfach zu gut. Ja, das geht nicht zu lang. Das geht jetzt noch schneller. Aber wahrscheinlich. Wow. Wenigstens machen die Robochicken einem keine Probleme. Jetzt, wo ich es gesagt habe, zieht sie bestimmt rein. Was? 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 Oh. Fertig. 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 Hahahaha. Haben wir wieder gut hingekriegt. Haben wir wieder gut hingekriegt. Ich hol dich wieder, keine Sorge. Haha. Ich bin trotzdem. Das habe ich auch gehofft. Aber alleine schaffe ich das eh nicht. Boah. Boah. Nein. Boah. Sehr. Ja, bleib mal, du stehen, ich bin jetzt eh weg. Jetzt musst du rennen, renn. Ja, du musst durchrennen, glaube ich. Ja, aber wie will... Kann man sich da oben ducken, vielleicht? Versuche ich mal zu ducken im zweiten dann. Rennen, Kumpel, renn. Sehr gut. Ja, da ist eine Lücke. Du musst dich durch ducken können, schätze ich mal. Ja. Bist du zu früh hochgegangen, oder was? Richtig. Da sieht man wieder die wahren Experten in dem Spiel. Marco und Aaron. Niemand kann uns was vormachen. Ja. Aber wir wollten nur zeigen, wie man das Wettmacht eben gerade. Außer wollen wir einen Rekord aufstellen von 1000 Parts. Oh man. Mal ein neues Leben. Mal ein neues Leben. Aber gut, dass wir beim ersten... Gut, dass wir beim ersten Leben gesagt haben. Ist ja leicht, die Fabrik ist doch gar kein Problem. Ja, ist es doch nett, oder? Schaarron! Danke fürs Warten. Du hast mich vorhin auch sogen gewartet aus, was den ganzen Tag nicht. Chicken. Chicken! Und dann fliegt er runter richtig. Chicken! Man, man kann nicht mehr als Ren. Warum schiebt man dann immer? Wir haben es halt drauf. Warte, ich hole dich. Oh mein Gott, sind wir wirklich gut. Wir sind krank. Krana? Wir sind krank. Krana? Deswegen verliegen wir das bei den Sachen. Nein. Warte. Jetzt warte ich mal. Jetzt warte ich mal. Ich denke gerade nicht zu tucken. Sehr gut. Ich denke gerade nicht zu tucken. Ich denke gerade nicht zu tucken, glaube ich. Tucken ist ganz einfach. Sehr gut. So weit waren wir noch nie. Oh Gott! Richtig! Sieht leicht aus. Ich lehne mich mal zurück. Gott! Der ist schartig locker. Da kannst du nur einen Sieg von mir erwarten können. Hat gut geklappt. Also Leute, wir probieren es noch einmal. Bevor wir diesen Part dann langsam mal beenden. Aber es ist ja schön, dass wir euch viele Levels zeigen konnten in diesem Part. Ja. Zum Beispiel Stahlpressenstampfer. Ja. Oh Mann. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Das kann doch nicht. Warum hast du nicht gewartet? Ich hätte nicht warten können. Das Ding hätte mich umgebracht oder dich. Du wärst das klein. Deswegen hab ich gesagt warte. So warte. Jetzt spring. Jetzt spring! Das ist so schlecht. Deine Taktik hat gut was gebracht zu warten, alter Junge. Ja. Oh komm, du hast recht nicht hier dazu. Weil ich nicht will, dass du stirbst. Was? Komm hier dazu. Ja, ich versuch's. Oh, das war dumm. Gut, dass du's eins siehst. Bisschen schaffst du's. Bin ich jetzt allein? Nein! Falsch! Du hast heute nur zweimal verloren, weil ich so'n Jump-Dinger hab. Was bist du? Immerhin hast du's halt durchgeschafft. Das hättest du's nicht zugetraut. Gut, wir probieren's nochmal, Leute. Wir können euch noch nicht verabschieden so. Wir müssen doch zumindest diese Stahlpressenstampfer schaffen. Ist doch ein Klacks eigentlich. Bei Anfänger vielleicht zu schwer, aber für Profis nicht. Ich hasse das Ding. Ich muss warten. Das ist mein Trick. Nein! Weil du weitergelaufen bist, wurde ich zu dir teleportiert. Ich muss doch was. Das ist deine Schuld. Das ist meine Schuld, wenn du stirbst. Scheiße. Sag der Richtige. Irgendwie wird's heute nicht so richtig funktionieren bei Donkey. Kränkygong. Du bist tot. Hallo? Ich rette dich. Gut gemacht, Alter, Junge. Jedes Mal! Jedes Mal die gleiche Stelle. Heile mir Sorge. Nimm eins in unser Leben. Aber wir haben ja keine Ahnung. Wir sollten uns mal verleben, auch. Ja. Bei Kränkygong. Scheiße. Der uns auch schon als total schlecht abstuft. Was ich gar nicht verstehen kann. Nein! Das schaffst du. Gar kein Problem, Alter, Junge. Das schaffst du. Denn um dein Leben. Wie soll man das schaffen? Ich hab mein ganzes Vertrauen in dich gesetzt. Jetzt bin ich enttäuscht. Ich war von dir, Leute. Du hast sogar nicht geflogen. Gut, dann zeig ich dir jetzt mal, wie's richtig geht. Gut, ich würd sagen, lassen wir jetzt aufhören, um zu albern richtig spielen. Genau. Das hasse ich, das Ding. Ich komm da nie durch. Nein! Dann muss ich's ja schaffen. Hast du doch. Oh, du musst ein Leben. Denk dran. Ja, ich komm gleich zurück in den zweiten Ding, wo die Banane drin ist. Okay. Nö, 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 nö. So, jetzt warte mal kurz. Noch nicht hoch, noch nicht hoch. Nein! Ich hab früher gesagt, warte kurz. Ich wollte nicht springen. Ja, ich wollte nicht springen. Du meinst so wie du. Hoch, hoch, hoch. So, warte, warte. Ja, ich mach's. Oh je. Jetzt erst mal gucken, wie die Dinger laufen. Das ist... Ja, du musst jetzt, genau. Oh Gott, oh Gott. Springen, einfach springen, einfach springen in dein Leben. Springen in dein Leben. Das machst du gut. Äh, was denn jetzt hier? Wie soll das denn funktionieren? Ach, das ist ein Reifen. Ja, ich war mir grad auch unsicher. Du machst das gut, Kumpel. Spring! 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 Jaaaa! Ich hab doch gesagt, diesmal schaffen wir's gleich beim Rufen. Ja. Also, liebe Leute, ich glaub wir wenden den Part hier mal. Ihr habt immerhin zwei Levels sehen können. Ja. Wir hoffen, ihr hattet euren Spaß dabei, wie wir uns wieder mal exzellent geschlagen haben. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Also, bis dahin, macht's gut. Ciao! 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 Ciao!